Endlich angekommen, schon an der Weg. Ist zu noch kurz, vielleicht bin ich bereit. So, einfach mal durchlaufen würde ich sagen, war auch gut Glück. Ich glaube, mein Tegi ist mittlerweile gut, probieren, gehen wir noch mal hoch. Immer noch Arsch, heiß ey. Ich glaube noch mal ist meine Zunge wieder taub. Ich hätte vielleicht nur mal maler Steine machen sollen, aber einen hat er ja. Halt, müsste ich da schnell umhauen können, theoretisch. Ich bin mir da nicht sicher. Muss ich jetzt links weg? Und cool. Schnell hier so einen Sprung hoch machen, wie halt ein echter Bruch, das macht auch, ne? Also manchmal ist es schon, hat das schon was mit Profis zu tun hier auf jeden Fall. Die ganze Show. Mh, heiß wie Arsch. Arsch wie heiß. Und dann blinzele ich mich weg. Bam. Kennt ihr das von Dame? Das ist ein Song. Wie, 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 Song? Ah, kennt jeder. Jeder kennt ihn. Wer sagt nein, er kennt ihn nicht, denn er lügt. Ja, er kennt ihn. Und wenn es Probleme gibt, dann blinzele ich mich weg. Oder so ähnlich. Vielleicht ein bisschen cooler. Ein bisschen cooler klingen. Aber vom Grundgedanken war es schon so, wie ich das vorgesungen habe. Mann, ey, es ist schon wieder so spät. Ich glaube, auch nur Scheiße. Leckt auch schon wieder. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Tagesziel. Gut erreicht, auf jeden Fall. Also, wenn ich schon so weit bin, ich gerne noch noch Winter-Spring-Ding rein, ne? Mann, 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 Mann. Hier noch mal so gepostet. Einhörner, einhörner. Fahr Einhörner, die klassischen. Safe Eichhörnchen sind nach Fahren von den Einhörnern. Die Eichhörnchen. Also, er muss ja so sein. Es kommt ja nicht in die Verwechslung. Muss ja so sein. Oh, fast so weit worden. Das eigentliche Ziel, Übersprung, ganz gekonnt. Gab es hier eigentlich bei der Quest nach dem Sinn von Mann-Oder übrigens. Die man ganz am Ende bei der Dicken-Dame bekommt. Ähm. Ähm, ja, und da? Gibt es da irgendwas bei der Quest? Ne, gar nichts. Null Gold. Okay. Vor allem Gold hier auf den Ganglüper. Macht mir mega Spaß. Normalerweise macht man es wahrscheinlich mit 50. Ich nicht. Aber es liegt feierlich heute nicht ganz so. Mach mal einen weiter. Geht nicht einfach so. Alles klar. Dankeschön. Jetzt ist es gut. Oh ja, das. Oh. Baby. Hm, hm, hm. Oh Mann, ey. Ich muss ins Bett. Oh, morgen wieder früh russ. Oh Mann, na Gott, ey. Wer ist denn die Momfena? Sherry? Habe ich ja ewig nie mehr gesehen. War doch mal Sherry? Das war doch... Das war Blumen, meine ich. Ich bin älter. Stimmt. Nichts hier oder steu. Ne? Schon umgezogen. Journalistischer Trick. Weiser. Weiser, Alter. Ich komme ganz gut durch, ne? Oh, ich bin ja auch nur so konzentriert bei so'n Scheiße, ey. Oh nein. Jetzt, wo ich sag, schnell die aktive Wandersteine natürlich nicht vorbereitet, wie sich das für ein Creeping Mage gehört. Ah, komme ich aber easy durch wieder. Ich bin ja mal mit dem Krieger durchgespaziert. Ich glaube, das hat einigermaßen irgendwie geklappt. Nö, kein Stück. Hm, schön, 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 schön. Schön, feier ich für dich. Jawoll. Neu auffrischen. Sag, hab ich dich ausgedanced. Bin ich auch gleich draußen? Ist ganz gut. Da muss ich nur noch da hinten hin und hab es auch schon geschafft. Der unschöne WoW-Alltag auf jeden Fall. Oh, wer ist er denn? Mahlzeit. Alles Disco. Ich habe hier mal. Ich bin hier mal auf der Weg hier, ne? Durch den kalten Winter. Ich habe hier noch was mitgenommen. Vielleicht könntest du ihn mal abnehmen. Das wäre so nett. Ich schaue nicht, der Gespräch ist so zu sein. Aber da, das haben wir hier gar nicht erwartet. In den eisigen Weiden von Winterspring, Alter. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anwiesen. Wieder heiß für Arsch, ne? Also, mein Tee. Oh, ich vergesse noch einmal. Das ist das ja gar nicht. Geseeet, ey. Und nun mal. Ähm, ich wollte noch mal gucken, wie viel Loot, wo ich noch mal so rein muss. Ähm. Wo geht man denn so rein? Düsterbruch. Ost-West-Überhalb. Ähm. Tempo fühle ich nicht. Fühle ich nicht. Fühle ich nicht. Hals. Dann habe ich eine bessere. Besseren. Auch nix, auch nix, auch nix. Oh, die Schuhe? Nö. Oh, der starb. Auch nicht so nice. M-m. Oh. Guck mal, was vom Adam kam. Komische Hintergrundgeräusche auf jeden Fall, ja. Guck mal, ob ich die wegbekomme. Oh, Mann, ey. Ich bin den ganzen Tag schon, ey. Nur rumknattern. Oh, naja. Jetzt ist ja nix. Nicht so geile Sachen hier in Baby-Ost. Oh. 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 Aber nur Heilung, aber na. Schade, 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 schade. Aber... ...ich hände ihn genommen mit der Misch, ne? Oh. Da war ich noch gar nicht, gar nicht drin, ne? Auch nur Heilung, ne? So. Das ist aber auch nicht so schlecht, ne? Ich glaube, das... ...ich hände ich noch mal. Ich habe noch mal einen Highlight auf jeden Fall. Aber egal, wir wollten jetzt nachgucken. Oh, den drücken nämlich auf jeden Fall. Auch Schaden diesmal drauf. Oh, ich finde nicht verkehrt. Ähm, Details nicht. Rücken, drücken nicht. Wo sind links gerade jetzt, ne? Jetzt gucken. Da links. Seht wie dem Fall schon weggegangen. Ähm. Einen Ring. Oh, letztens einer wieder im Zug getroppt. Ich, natürlich nicht aufgepasst, so gut wie er ist. Aber einen Misch mitgenommen. Ich bin auch ein kleiner Vollidiot. Aber gut. Das kannst du halt nicht ändern, ne? Das kannst du halt auch einfach nicht ändern. Schaden. Oh, 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 warum denn Leder? Ist hier so gut gewesen. Nö. West ist auch nicht so nice. Nord? Nord könnte ein bisschen stoppen. Nö. Aber jetzt für ein Teil... Oh, weiß ich nicht, ob ich da was fing da rein muss. Früher zauber, ja. Nee. Nee, 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 nee. Nee. Nee, 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 nee. Ach. Ach, keine Ahnung, man will da eh nicht reingehen. Obwohl, vielleicht mal die Tage. Noch kurz müssen wir reinkiegen, ne? Die raus war ich halt letztens zuerst. Und nun war gut auch an. Das war ein Piler tatsächlich, ne? Um die zu gut an die Buff-ID aufzumachen für die Raids und so. Gleich geschafft, gleich geschafft. Ja, nicht so viel Spannendes passiert. Ich hoffe, das ändert sich demnächst mal wieder. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich hab heute ja auch diesen... verkackten... ...Zu-Fahrer-Run gemacht, wo alles schiefgegangen... ...ähm, verlaufen ist. Ich glaube, ich mach daraus... ...zwei Teile und häng das am Ende nochmal hinten ran. Ich denke, das werde ich machen. Dann könnt ihr das... ...zumindestens... ...anschauen. Zweite Hälfte, weiß ich nicht. Könnt ihr euch anschauen, aber... Gut. Wenn ihr den Teil gesehen habt, habt ihr das ja schon alles geguckt. Dann Hut ab. Ich brauche ja auf jeden Fall umlegen. Der zweite Teil war ja nicht so interessant. Seid auf der Hut. Redet mit mir. Bleibt sauber. Ähm. Da nicht. Ich kann nicht nur verkaufen. Hab ich irgendwas zu verkaufen? Nö. Den Flugmeister, ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Flugmeister nachholen. Und dann. Ja. Haben wir das ja auch... ...unser Tagesziel erreicht. Boah, machen wir nochmal ein... ...zu Faragran am Ende. Was nochmal zu beweisen? Nein. Nein, komm. Das langt. Das langt doch. Zack. Ich fliege jetzt nochmal entspannt zurück. Aber von meiner Seite... ...aus... ...war es das jetzt auch. Jetzt mache ich nochmal so einen kleinen Winkel. Und deswegen jetzt auch schon wieder... ...tschau. Kakao.